Ich habe euch ja schon öfter Biskuitrouladen mit Muster gezeigt, nun bin ich endlich mal dazu gekommen, ein Video dazu zu machen. Das Muster hier kommt durch eine Strukturmatte zustande, sodass man nicht groß mit Spritzbeutel und Hüllen hantieren muss. Das Ganze ist ziemlich einfach und eigentlich auch recht schnell gemacht. Die Strukturmatte wurde mir freundlicherweise vom Partyversand zur Verfügung gestellt. Dort gibt es auch noch andere verschiedene Muster und diverses anderes Zubehör und Zutaten für Pralinen und Torten. Da zu dem blauen Muster einfach Flamingos so wunderbar passen, habe ich die Rolle noch weiter mit kleinem Papier Flamingos dekoriert. Eigentlich wollte ich diese aus Blütenpaste machen, aber die dünnen Beinchen sind dafür nicht geeignet, musste ich leider feststellen. Deswegen also Papier, was ebenso hübsch aussieht und natürlich noch viel schneller geht. Das Rezept zu der Rolle und alle wichtigen Infos findet ihr wie immer auf meinem Blog Ofenkiker. Den Link dazu habe ich euch unten in die Infobox geschrieben. Für das Muster brauche ich, wie schon gesagt, eine spezielle Strukturmatte. Die ist aus Delikon und hat Vertiefungen eben für das Muster. Ihr bekommt solche Strukturmatten beim Partyversand. Achtet darauf, die kleinen Matten zu kaufen, da die großen für die normalen Backbleche im Privathaushalt einfach viel zu groß sind. Das Muster wird aus einem speziellen Dekorteig gemacht. Dazu habe ich sonst immer einen Teig aus Mehl, Butter und Eiweiß genommen. Da man dabei aber nicht so gut die Mengen anpassen kann, nehme ich heute ein Rezept aus 70 bis 100 Milliliter Schlagsahne, 70 Gramm Mehl und 70 Gramm Puderzucker. Etwas Lebensmittelfarbe in Blautönen habe ich ebenfalls bereit gelegt. Ich mische Mehl und Puderzucker. Dann gebe ich nach und nach so viel Schlagsahne dazu, dass ein dickflüssiger, zäher Teig entsteht. Mach den Teig nicht zu fest, das ist später unpraktisch beim Verstreichen. Den Teig farbe ich mit ein paar Tropfen blauer und türkiser Lebensmittelfarbe ein. Dann verstreiche ich den Teig auf der Strukturmatte. Das geht am einfachsten, finde ich, mit einer Teigkarte. Die Matte habe ich vor Gebrauch nicht gefettet, sondern nur mit kaltem Wasser abgespürt. Nun entferne ich den überschüssigen Teig. Dazu halte ich die Karte eher flach und streiche sanft über die Matte. Drückt man zu stark, nimmt man leicht zu viel Teig mit und es entstehen so kleine Löcher. Das passiert übrigens auch gerne, wenn der Teig zu fest ist. Zum Schluss sollten die Stege der Matte wieder komplett sauber sein und die Vertiefungen mit Teig gefüllt sein. Lasst euch bei diesem Schritt ruhig Zeit. Das ist entscheidend für das Endergebnis mit dem Muster, dass es eben schön sauber aussieht. Achtet darauf, dass die offene Seite der Matte an die Kante des Blechs stößt. So läuft der Biskuit später nicht aus. Wichtig ist außerdem, dass die Matte flach auf dem Blech liegt. Mein Blech ist etwas zu klein, daher habe ich die Matte passend gekürzt. Das geht ganz einfach mit einer Schere. Nun bereite ich den Biskuit zu. Dazu brauche ich drei Eier, 50 Gramm Zucker, etwas Vanille, eine Prise Salz, 30 Gramm Speisestärke und 40 Gramm Mehl. Als erstes trenne ich die Eier. Die Eiweiß schlage ich auf. Wird die Masse weiß und etwas fester, lasse ich nach und nach etwa die Hälfte des Zuckers einrieseln. Ich schlage so lange weiter, wie bis ein fester Eischnee entstanden ist. Anschließend schlage ich die Eigelb mit dem restlichen Zucker auf. Dabei wird die Masse schön cremig und hellgelb. Nun mische ich Eigelb und Eischnee vorsichtig mit einem Schneebesen. Beides sollte sich nur eben verbinden. Rührt nicht zu lange, sonst wird die Luft aus dem Eischaum gerührt. Ich siebe Mehl und speise stärker auf die Eiermasse. Beides hebe ich vorsichtig mit dem Schneebesen unter. Auch hier ist es wieder sehr wichtig, nicht zu viel zu rühren. Die Biskuitmasse verstreiche ich auf der vorbereiteten Matte glatt. Dabei verstreiche ich immer nur die oberen Schichten, also kratze ich quasi nicht ganz runter bis auf das Muster. Damit verhindere ich, dass das Muster verwischt. Anschließend wird der Biskuit ca. 10-12 Minuten bei 150 Grad Umluft im vorgeheizten Ofen gebacken. Der Biskuit soll noch schön hell sein. Wird er zu lange gebacken, bricht die Rolle später leicht. In der Zwischenzeit stelle ich den Sirup zum Tränken her. Er sorgt für eine schöne Elastizität des Teiges und trägt dazu bei, dass der Biskuit eben nicht so leicht bricht. Dazu koche ich 50 Milliliter Wasser mit 50 Gramm Zucker und etwas Vanille auf, bis sich der Zucker gelöst hat. Nun muss zügig gearbeitet werden, da der Biskuit für die folgenden Schritte noch heiß bleiben soll. Ich schneide einmal rund um den Biskuit, der frisch aus dem Ofen kommt. Dann verteile ich den Sirup und lasse ihn einziehen. Ihr braucht nicht unbedingt den ganzen Sirup. Der Boden soll damit leicht befeuchtet, aber nicht komplett durchtränkt werden. Dann lege ich ein Stück Backpapier auf den Biskuit. Darauf kommt ein Schneidebrett und anschließend drehe ich das Ganze mit Hilfe des Bretts um. Nun entferne ich erst das Blech und dann vorsichtig die Strukturmatte. Die Matte sollte sich einfach lösen lassen und das Muster bleibt dann komplett auf dem Biskuit. Bleibt doch mal ein kleiner Teil hängen, kann man diesen einfach wieder einpuzzeln. Nun decke ich ein zweites Stück Backpapier auf den Biskuit und drehe das Ganze mit Hilfe eines weiteren Schneidebretts um. So ist das Muster wieder unten, damit es später außen auf die Rolle kommt. Den immer noch warmen Biskuit rolle ich nun von der schmalen Seite locker mit dem Backpapier ein und lasse ihn dann so als Roller ausküren. Durch das Einrollen im warmen Zustand gewöhnt er sich schon mal an seine spätere Form. Inzwischen bereite ich die Füllung zu. Dazu brauche ich 200ml Schlagsahne, 200g Creme Fraiche und ca. 3 Esslöffel Himbeermarmelade. Zum Festigen der Creme verwende ich ein Päckchen Gelatine Fix, entsprechend 3 Blatt Gelatine. Ihr könnt aber auch sehr gut sein Apart für eine vegetarische Variante der Creme benutzen. Das Rezept für die Creme kommt übrigens von meiner Mutter, die Torten sehr liebt, aber nicht gerne dafür lange in der Küche steht. Daher macht sie oft unkomplizierte, schnelle Sahne Cremes mit Marmelade als Geschmacksgeber. Ich schlage die Sahne steif. Dabei lasse ich das Gelatine fix einrieseln. Sahne sollte immer gut gekühlt aufgeschlagen werden, dann funktioniert es einfach besser. Wichtig ist außerdem, nicht zu lange zu rühren, sonst gerinnt die Sahne und Butter entsteht. Unter die Sahne ziehe ich das Creme Fraiche. Zum Schluss gebe ich gute 3 Esslöffel Himbeermarmelade dazu. Die Menge könnt ihr anpassen, je nachdem wie intensiv ihr den Fruchtgeschmack mögt. Natürlich könnt ihr auch statt Himbeermarmelade eine andere Mohn nehmen. Falls ihr deutlich mehr als die angegebenen 3 Esslöffel verwendet, müsst ihr eventuell mit mehr Gelatine fix nachsteifen. Das ist aber kein Problem, es kann einfach nach Bedarf auch nachträglich untergerührt werden. Die Creme sollte nun so ca. 30 Minuten kühl stehen, damit sie etwas fester wird. Ich rolle den Biskuit wieder auf und ziehe das Backpapier ab. Es ist normal, dass sich dabei die oberste Teigschicht teilweise ablöst. Dann verteile ich die Creme auf den Biskuit. Wer mag, kann nur noch frisches Obst auf der Creme verteilen. Ich habe hier darauf verzichtet, daher ist meine Rolle etwas flacher geworden, als ich es sonst so habe. Nun rolle ich das Ganze wieder vorsichtig auf. Dabei nehme ich das Backpapier zur Hilfe und ziehe es beim Aufrollen gleichzeitig mit heraus. Zum Schluss rollt man die Roulade am besten gleich auf die Servierplatte. Dort lässt sie sich vorsichtig auch noch etwas in Form bringen. Passt aber auf, dass euch das Muster nicht an den Händen festklebt und ihr es dadurch kaputt macht. Ich habe für euch Flamingos gezeichnet. Diese könnt ihr auf etwas festeres Papier ausdrucken. Dann wird auf der Rückseite ein Schaschelspeß mit etwas Klebestreifen befestigt. Die Flamingos stecke ich nun so in die Biskuitrolle, dass das Papier gerade nicht den Teig berührt. Damit ist die Roulade dann fertig. Ich hoffe, ich konnte mit dieser fröhlichen Flamingo-Rolle den Sommer noch ein bisschen festhalten. Wie ihr vielleicht hört, ich bin erkältet, also mein Sommer ist glaube ich zu Ende. Aber egal, die Biskuitrolle hat trotzdem für gute Laune gesorgt. Biskuitrouladen haben so ihre Tücken, aber mit etwas Übung und den richtigen Tipps und Tricks sind sie gut schaffbar. Gerade durch die Möglichkeiten mit dem bunten Dekorteig können sie zu richtigen Kunstwerken werden. Daher mache ich sie in letzter Zeit wirklich sehr gerne.